Diese Ratte wird es bereuen, sich mit mir anzulegen. Das war mehr als knapp. Und damit wieder ein recht herzlichstes Willkommen hier zurück zu Need for Speed Unbound. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Ja, wir sind wieder am Start. Ich bin natürlich wieder zum nächsten Event gefahren. S haben wir A, Plus haben wir A. Okay, dann machen wir hier mal noch ein A-Rennen. Und dann geht es auch schon direkt los. Ich versuche trotzdem wieder die maximale Wette. Auf geht's. By the way, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was dann unser S-Plus-Fahrzeug werden soll. Denn wir brauchen ja für die nächste Woche ein S-Plus-Fahrzeug dann. Was wir uns da vielleicht besorgen. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal... Auf dieses Rennen. Natürlich will ich gewinnen. Das ist nicht mal vorbei, bitte. Na klar. Ei, 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 was ist denn los jetzt hier? Das ist nichtavi. Danke. Ich weiß nicht. Oh, harte Kurve. Sehr harte Kurve. Wie ein langes Rennen hier. Ich weiß, wie du fährst. Du wirst schon noch verlieren. Hallo, hallo, hallo. Ei, ei, ei. Du hast doch fast recht gehabt. Haas Geld, ich kucke. Auch brown braucht man den Leut 여러�iel. Das ist etwas dirkomen wie du oberst Recebet sai. Maar das ist ein das Gerät ply expedients. Das ist eine Frage nachzie. Wie הה Noch bin ich unbesorgt. Was? Rennen ist gleich vorbei. Eieieieiei. Gut, haben wir das auch geschafft. Und dann machen wir gleich das nächste. Hier unten noch ein Event, was uns interessiert. Es geringes Risiko für 5000. Komm, dann können wir gleich mal den neuen Porsche bzw. den neu lackierten Porsche nutzen. Und das ist auch gleich hier in der Gegend. Nein, wir müssen da lang. Da sind wir ja schon. Die beiden fallen weg. Einmal in S bitte. Maximale Wette. Hau raus. Da ist er. Ja, die Reifen müssen wir auf jeden Fall noch ändern. Die gefallen mir noch nicht so von der Optik her. Könnten wir das hinter uns bringen? Ich hab zu tun. Ach, die Augen auf. Ich hab's ja gerade gesehen. Ich hab's ja gerade gesehen. Ich hab's ja gerade gesehen. Ach komm schon. flink unterwegs der typ ich verfolge sie oder doch so leicht an mein geld die haben wir diesmal ein bisschen besser genommen hau rein sehr schön ja risiko ist schon wieder fast auf maximum so was haben wir denn jetzt hier unten noch gar nichts glaube ich ne macht keinen sinn hier könnten wir noch ein a mitnehmen drift event in a sollten wir noch mitnehmen und dann machen wir noch die anderen das waren hier oben noch nix ok hallo 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 so machen wir weiter drift in a maximale wette do it 100.000 ok null problemo ach das ist wieder der kurs hier das sollte ja mehr als einfach werden so 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 da haben wir es doch schon so 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 das war ein leichter sieg. so wo sind wir jetzt? da unten. müssen wir hier noch was machen? da ist noch eine übungsfahrt. da ist noch ein S rennen. hier ist auch S. hier hätten wir ein A plus für 4.000 kommen wir dann machen wir noch das A plus rennen mit dann machen wir die S rennen noch und dann sind wir auch schon wieder durch mit dem mittwochtag auf geht's so auf geht's äh A plus könnten jetzt auch mal den hier nehmen aber nein der Evo kommt doch in letzter zeit ganz schön kurz hab ich zumindest so das gefühl wir wollen uns fertig machen nix da ey sag mal ist da blöde Bulle zentrale wir verfolgen diesen spinner so wir wollen uns die 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 drauf sind, ne? Die drauf sind, ne? So, dann dürfen wir wahrscheinlich auch gleich wieder entkommen. So, dann machen wir noch ein Rennen. Dann sehen wir uns da gleich wieder. Wo sind wir denn jetzt? Da oben. Dann können wir hier unten das S-Rennen nehmen. Okay. Das war mehr als knapp. Okay. 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 Lockerlassen. Verstärkung kommt. Okay. 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 So, da sind wir. Okay. Okay. Oh ja. Das werde ich tun. Alter Oh man Hallo du kannst selber ein Porsche Ich bin angepisst, wir sind raus Alter was? 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 Ach komm Ach das war doch wieder ein Witz Na gut, nehmen wir so hin Der arme Porsche, wie er aussieht Oh, alles kaputt Scheiße Oh scheiße Na gut Machen wir aber hier jetzt Ende Damit sag ich erstmal wieder recht herzlichsten Dank Fürs zuschauen Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag Und wenn ihr denn wollt Sehen wir uns im nächsten Part von Need for Speed Unbound Oder einem anderen Video wieder Vielen Dank Haut da rein